Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video seht ihr Episode 1, die erste Folge. Ich weiß wirklich jetzt noch nicht, wie viele Folgen rauskommen werden, ob es hunderte, ob es tausende sein werden. Auf jeden Fall haben wir gestern im Livestream auf Twitch gerne reinfolgen. Also das empfehle ich euch jetzt direkt im Vorhinein. Die Folgen, die jetzt kommen, sind immer die Highlights aus den Streams. So offline werde ich natürlich vielleicht mal was bauen, aber den Großteil werde ich im Stream machen. Und Leute, die Highlights sind hier auf dem Kanal online. Dann abonniert gerne meinen Twitch, also kostenlos Follow. Könnt ihr wie auf YouTube machen, einfach abonnieren, Follower klicken, dann auf Twitch rüber gehen. Link ist in der Infobox, könnt ihr gerne vorbeischauen. Für die Leute, die jetzt denken, ja ich habe keinen Account, ihr braucht euch die App kostenlos runterladen, kostenlos anmelden. Dann könnt ihr auch einen Chat schreiben und alles mögliche. Ihr müsst auch euch nicht anmelden, dann könnt ihr halt nicht folgen, aber ihr könnt die Streams trotzdem schauen. Und Leute, ihr braucht nicht mal die App, ihr könntet es auch übers Internet schauen, über eine Internet-Website, die ihr seid einfach schauen. Ja Leute, auf jeden Fall folgen, wenn ihr das sehen wollt, würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Minecraft-Projekt habe ich einen Server erstellt. Ne, das ist der Minecraft-Schmerle-Projekt-Server. Den habe ich erstellt. Alle, die die Java-Edition, die Java-Minecraft-Edition auf dem PC spielen, können mich anschreiben. Also auf jeden Fall die Leute, die auf dem Server mitspielen wollen. Das ist eine ganz normale Überlebenswelt. Wir haben jetzt schon gestern im Stream ein Dorf gefunden. Ihr werdet aber die Highlights jetzt immer sehen. Und ihr müsst wissen, das ist eine ganz normale Überlebenswelt. Wir sind insgesamt schon drei Leute auf dem Server drauf. Alle, die mitmachen wollen, wie gesagt, Java-Edition und auf dem PC, können natürlich mitspielen. Schreibt mich gerne an, hier in die Kommentare oder auf Instagram oder so. Dann kriegt ihr die Server-Adresse. Deswegen, ich werde sie auch nicht im Video zeigen, damit nicht jeder einfach draufstellen kann und irgendwas zerstören kann. Das kriegen wirklich die, die mitspielen wollen. Ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange. Kommt gerne in die Streams. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge. Ich glaube, die erste wichtige Sache, die wir hier machen müssen heute, ist erstmal Holz bauen. Damit ist halt gemeint, erstmal jetzt Schwerter und Pickaxe und Axt zu bauen. Ach, du hast es nicht auf dem PC. Das ist kacke. So, dann tun wir uns erstmal hier unser Holz holen. Oh, jetzt habe ich einen Knopf gebaut. Bin ich dumm? Das war nicht meine Absicht. Eine Werkbank. Die Werkbank bauen wir uns kurz hier auf. Das hat Minecraft schon. So, dann bauen wir uns erstmal so die wichtigsten Sachen. In Schwert, eine Spitzhacke und ich würde sagen, für Holz abbauen noch vier Stöckchen. Dann machen wir einmal so. So. Ich werde euch auch gleich Hintergrundmusikern machen, damit ihr hier auch alles hört. Den Knopf machen wir dort rein. Die Stöcke machen wir dorthin. Aber der Knopf kann damit hin. Die Werkbank nehmen wir jetzt auch mit. Weil wir müssen uns treffen. Okay. Geh mal zu der höchsten Stelle bei dir. Ey. Hast du... Ah. Digga, ich habe jetzt gedacht, wer kreift mich jetzt an? Du musst doch irgendwie Kohle in den Ofen machen, oder nicht? Ach nee, das machst du mit Holz. Perfekt. Gut. Ich gehe mal kurz auf die höchste Position und gucke mal, ob wir hier schon was weiteres sehen. Ich habe den See gefunden, wo du warst. Ich muss auch sagen, Leute, ihr seht, ich habe jetzt ein Texture Pack installiert. Okay, Ben, danke. Ihr seht, ich habe ein Texture Pack. Leon hat genau dasselbe Texture Pack. Also ist ein bisschen besser gepixelt, sage ich mal. Also die Qualität vom Texture Pack ist gut. Ist ein Faithful Texture Pack. Wird auch im YouTube im ersten Part in der Infobox sein. YouTube steht hier unter mir. Und ist bei den Panels hier auf Twitch. Aber ich werde mir auch noch... Also Texture Pack habe ich. Ich werde mir auch noch die Tage jetzt einen Shader installieren. Das heißt, der Himmel sieht geiler aus mit richtigen Wolken. Und das Wasser ist nicht nur so blau. Das sieht auch aus wie richtig reales Wasser. Das Beste wäre natürlich, wenn wir jetzt schon ein Dorf finden würden, ne? Ein Dorf wäre richtig geil. Ja, wir müssen uns... Also ich denke... Okay. Ne, weil ich denke, Leute, wir werden heute... Also wenn wir ein Dorf finden, hätte ich vielleicht Bock, da schon ein Dorf zu bauen. Aber wenn es Nacht wird... Na, Leon, das ist jetzt ein Problem. Da denke ich ja jetzt erst dran. Wenn es heute Nacht wird, haben wir natürlich Holz für einen Unterschlupf. Das ist klar. Also einen Unterschlupf können wir uns schon bauen. Aber eine Sache können wir uns nicht bauen. Hast du noch Wolle von einem Schaf? Weil ich glaube, du brauchst für wenigstens... Ähm... Ich weiß nicht, wie man... Muss ich dann mal dieses Buch gucken? Ich gucke mal, Bett. Ah ne, ich kann es nicht machen, deswegen. Ich kann es noch nicht machen. Hier ist Stein, Leon. Hier können wir uns alles aus Stein bauen. Kohle! Ja, perfekt. Ich fühle mich gerade wie so ein Minecraft-Noop, obwohl ich das schon so oft gespielt habe. Ja, und dann alle anderen Tools. Aber ich sag mal so, den Rest behalte ich erstmal so, wie ich jetzt hab. So, was machen wir jetzt? Erstmal... Ja, ich würde sagen, wir... Keine Ahnung. Spitzhack, ja. Ja, ich hab ne Spitzhack, aber was brauchen wir jetzt? Oh, das ist ein Schaf. Perfekt, Leon. Hier sind Schafe. Brauchen wir. Erstens mal für Fleisch, zweitens mal für... Warte, hier oben sind noch welche. Ich hab drei Wolle und fünf Fleisch. Und noch ein gebratenes Fleisch. Aber ich brauch noch nix jetzt. Oh, es wird dunkel, Leon. Es dämmert. Ähm, craft... Ich warte mal, kann ich mir jetzt ein... Das macht man doch nicht so, oder? Ja, im Bett kannst du das machen. Doch. Drei Wolle, drei... Drei Wolle und drunter drei Holz. Stimmt, okay, hab's. Danke. Okay, hier ist Kohle hier unten. Oh, Leon, ich hab ganz viel... Ich hab ne richtig... Ich hab viel Kohle grad gehabt. Aber wo findet man denn Eisen? In ner Höhle. Aber ich find nur die ganze... Ey, Diamanten. Imagine, wir finden euch schon Diamanten. Ach, da hinten bist du. Perfekt. Ah, hier ist Wüste. Ja, moin, hier ist ne Wüste. Ähm, hier ist auch ne Höhle bei mir. Warte mal, da geh ich auch mal kurz rein. Mach das Wasser weg, Kälte. Naja, egal. Leon, wir müssen dann weiter. Denk dran. Also... So. Also, dass wir uns wieder treffen. Ja, okay, perfekt. Nein, ich seh, Leon. Ich seh, Leon. Dein Account geht's noch nicht weg. Leon, ich bin irgendwo in der Höhle. Holy moly. Ähm, du... ...geben deinem Skin in dem Inventar. Ja, aber die wird nicht hell, wenn ich sie die Hand nehme. Ja, dann geht's nicht. Oder das muss man bestimmt mit nem Shader machen, ne? Shader oder Texture Pack. Keine Ahnung. Ich hab nen Texture Pack drinnen. Hey, warum bist du gebrochen? Ja, ja. Was sind denn das für Erze hier? Upfer wahrscheinlich. Mit was baut man das ab? Naja, ich seh nicht, dass die mich schon verzögert. Ich baue es jetzt grad einfach ab und hab nichts bekommen. Was meint er? Ah, doch. Mein Jus... Achso, das ist Kupfer. Ist das gut? Das ist unwichtig. Das ist unwichtig. Unsere erste Höhle im Projekt Minekraft. Oh mein Gott, hier unten... Was ist denn da unten? Da ist es hell! Leon, was ist hier unten? Ist das Lava? Lava. Oh mein Gott, hier ist Eisen. Lava. Die Extreme ist zu verzögert. Echt? Ja. Aber doch nur ein paar Sekunden so. Eisen, ich warte. Muss man... Oh mein Gott! Digga, ihr habt eine Lash Cave gefunden. Ihr seid solche Lacker. Was ist denn ein Lash Cave? Ihr habt eine Lash Cave. Was ist das? Du hast ein halbes Herz. Das ist belastend, weil danach hast du alles doch verloren. Ich geh jetzt hier raus. Scheiß drauf. Ich ertränke mich! Ich ertränke mich! Hilfe! Ja, ich muss auch irgendwie raus. Ich hatte keine Fackel. Es war komplett dunkel. Und das sind Monster. Es wird wieder Nacht. Egal, lass es ein bisschen länger noch bleiben. Äh, kannst du mir mal meine... Die Fackeln wieder geben, wenn's geht? Ich muss mir... Ich mach mir kurz... Oh, guck mal! Hier sind Füchse! Hey, komm mal her! Den will ich als Haustier haben! Den will ich als Haustier haben! Was? Sweetberries! Hier, wo finde ich die? Oh, guck mal! Oh, die schlafen neben mir! Leon, wo bist du? Oh, mein Gott! Hier ist ein Tombi und ein Creeper, Mann! Jetzt verpiss dich! Ach du Scheiße! Und wir können euch einen Fletcher holen und damit... Ja, hat das Spiel betreten. Ich habe kein Essen. Ich hab... Ich hab nur noch zwei gebratenes Ham... Oh, mein Gott! Ich hab nur noch ein gebrates Hamfleisch. Ja, aber Moinsen, die Frage ist jetzt... Wo bist du? Du bist jetzt bestimmt ganz woanders gespawnt. Ja, ja, ich hab im Standort gespawnt. Lass uns jetzt... Naja, okay, wir müssen weiter. Wir brauchen... Das ist überhaupt nicht so die Region für so ein Dorf. Also entweder finden wir ein Wüstendorf. Wüstendörfer fühle ich richtig. Oder wir finden so ein ganz normales Villager-Dorf. In... In... In ganz normalen Biom. Ja, jetzt besser. Jetzt, ja. Oh, ja. Und einmal nach dort hinten. Aber, ey! Was muss ich machen, damit ich diesen Effekt bekomme, wenn ich eine Fackel in die Hand nehme? Dass der... Dass die Fackel dann auch erleuchtet. Geht das nur bei einem Shader? Da muss ich mir wahrscheinlich mal einen Shader reinschallern. Also ich hab ein Texture Pack mir installiert. Und Texture Pack ist eigentlich auch relativ nice. Das, was ich habe. Und es bleibt auch. Aber ich glaube, da muss ich mir einen Shader installieren, damit ich, ähm... Da ist noch ein Boot lehren, by the way. Let's go. Hab ein Herz. Oh mein Gott! Hier ist eine Riesenhöhle! Aber da geh ich jetzt bei Nacht nicht rein, Digga. Das, was ich weiß, 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 was ich weiß